Ich danke meiner Frau Deborah und hoffe, wir haben irgendwann eine Familie, die so nett ist wie diese. Liebevoller Ehemann. Was haben wir hier? Du hältst mich für ein verzogenes Biest. Du willst umsorgt werden, ist völlig normal. Du gibst so gut Acht auf mich. Hingebungsvoller Vater. Ich tue, was der Kunde will und stelle keine Fragen. Auftragsmörder. Wenn du Anweisungen befolgst, kannst du eine Menge erreichen. Von 1964 bis 1986 ermordete Richard Koklinski 100 Menschen. Ich mache meine Arbeit gut. Und was ist mit dem Mädchen, das dich gesehen hat? Ich töte keine Frauen und Kinder. Jetzt rennt mir Zeugen durch die Gegend. Nach einer wahren Begebenheit. Kinder, es genügt, geht nach Hause. Wir haben geschlossen. Ist es mein Glückstag oder mein letzter? Hast du kurz Zeit? Willst mein Partner werden. Du organisierst alles? Ich leg sie um. Wir brauchen mehr Regale. Du erledigst Aufträge hinter meinem Rücken? Diese armen Schweine denken, ihr Dad wäre ein anständiger Kerl. Wenn du mir nochmal begegnen solltest, bedrabe ich deine verdammte Familie. Daddy? Du wirst keine Angst mehr haben müssen. Bis jetzt hatte ich auch keine Angst. Sie suchen den Eisman. Ich sollte dir für sowas Lizenzgelder berechnen. Sein den Eisman bitte nicht! Was tust du, beten? Glaubst du, Gott hält mich auf? Sag ihm, wir sollen's versuchen. Gott ist beschäftigt. Gott ist beschäftigt! The Iceman